So, was ist Scrum? Das Lustige ist, wenn man heutzutage in eine Suchmaschine hineingeht und man tippt in Scrum, dann erscheinen die ganzen Prozessbilder zum Thema Scrum. Aber Scrum kommt eigentlich ursprünglich aus dem Rugby und Team Huddle. Das ist, glaube ich, so dieser Begriff, wenn das Team so zusammenkommt. Aber warum ist jetzt Scrum? Scrum benannt. Und das geht zurück auf ein White Paper, Harvard Business Review 1986, The New New Product Development Game, ein White Paper von Takeuchi no Naka. Und in diesem White Paper beschreiben sie fünf Produkte, die extrem erfolgreich waren. Das war von Xerx, eine neue Generation an Kopiermaschinen, Fuji ein Faxgerät, Canon ein Fotoapparat, Honda ein Auto und noch ein fünftes Produkt. Und die waren eben extrem erfolgreich. Und Takeuchi no Naka haben versucht herauszufinden, was wurde dort anders gemacht. In White Paper beschreiben sie eben fünf Elemente, die sie herausgefunden haben. Also der erste Element ist Build-in Instability. Das heißt, wir legen uns nicht von Anfang an komplett fest, sondern das Raum für Navigation. Self-Organizing Project Teams, das hört sich sehr stark nach dem Scrum Team an. Overlapping Development Faces, das ist, wenn ich so denke, das ist dann so das Refinement, wie wir es heutzutage in Scrum auch viel machen. Multi-Learning, Review, Retrospektive, Daily Scrum. Auch enge Kollaboration mit unseren Stakeholdern. Subtle Control, da ist unser Scrum Master zu Hause. und Organizational Transfer of Learning, also dieses Bottom-up-Prinzip. Zusammen mit dem, was wir sonst eben auch schon alles hatten. Und dieses White Paper wurde von Ken Schwaber und Jeff Sutherland unabhängig voneinander gelesen. Und die hatten so diesen Heureka-Moment und sagten, genau so müssen wir Software entwickeln. Und dann haben sie eben diese Ideen, die in diesem White Paper beschrieben worden sind, angefangen, selber anzuwenden. Dann haben sie sich getroffen und haben gesagt, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und dann haben sie das gemacht und dann kam die Frage auf, wie wollen wir es nennen? Warum nicht Scrum? Das Lustige ist, wenn man in dieses White Paper hineingeht, den New Product Development Game, und man sucht nach dem Wort Scrum, das erscheint genau einmal in einer Überschrift in dem Artikel. Und das heißt, moving the Scrum downfield. Aber das ist die Geschichte dahinter, warum Scrum eigentlich Scrum heißt. So, was ist jetzt Scrum für mich? Also diese Vorgehensweise, dieses Framework und ich vergleiche das ganz gerne so mit den Rules of the Games, also die Spielregeln. Und das Scrum Framework sind eigentlich so die Regeln, wie wir zusammenarbeiten, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und für mich ist auch so ein schönes Beispiel dafür Fußball. Ein Upside ist ein Upside. Das kann lästig sein oder das kann auch eine Taktik sein, je nach der Situation. Das heißt, die Regeln von Scrum, die können situationsbezogen angewendet werden, angepasst werden, aber sie dürfen halt nie außerhalb des regulären Seins, des erlaubten Seins. Und das ist auch der Grund, warum Scrum ein Framework ist und keine Methode, kein Kochbuch, wo genau drinsteht, du machst immer das und das und das, sondern eher eine Denkweise, wo man sagt, okay, in welcher Situation befinden wir uns jetzt, was können wir ausprobieren, was erlauben uns die Regeln, was erlauben uns nicht die Regeln. Und so sind wir dann quasi auch immer in einem guten, beschützten Umfeld, wenn man sich so vorstellt. Und dann lernt man eben daraus. Und so entsteht dann eben auch die Imperie, die wir letztendlich dann eben haben, dass wir aus dem Gelernten herausgefunden haben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. In der nächsten Situation, was macht mehr Sinn, wie können wir uns verbessern in dieser Hinsicht. Das ist so für mich so die Denkweise, wie ich persönlich aus Scrum sehe, so ein Regelwerk, Spielregeln, wie ich sage, okay, wie können wir das bestmögliche Produkt in unserem gegebenen Umfeld mit den Constraints, die wir haben, Zeit, Budget, Skills und so weiter.